Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen hier zurück bei Black Mirror 3. Wir sind noch bei Dr. Winterbottom. Mann, wenn sie wüsste, dass mal einen Film, glaube ich, ja doch, einen Film gab es mal von ihr. Wenn sie das wüsste. Aber wir müssen uns noch ein bisschen umsehen. Ich weiß noch, wir haben ein paar Sachen übersehen. Oder einfach nicht mehr geschafft, letzte Folge. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Eventuell. Ach ja, die Awesome-Stehlampe. Eine schöne Couch. Die berühmte Psychiater-Couch hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten, aber es ist eigentlich ganz angenehm da drauf. Und sie ist nicht rot, mein Lieber, ne? In den grünen Heften notiert Dr. Winterbottom die Träume ihrer Patienten. Aber außer mir habe ich hier sonst noch keinen gesehen. Merkwürdig. Ja, du bist der Knaller des Jahrhunderts, mein Darren. Mensch, Mensch, Darren. So, was ist denn jetzt noch mit ihr? Ich habe gerade keine Fragen an Sie. Habe ich mir schon gedacht. Ob da meine Gesprächsprodukte... Okay. Meine Adoptivmutter hatte auch mal so eine Lampe. Ich fand es als Kind immer lustig, mich darin zu verstecken. Was? Das funktioniert eher nicht? Das hätte ich wohl auch mal machen sollen. So. Dr. Winterbottom. Eigentlich eine ganz nette. Der traurige Rest von einem Fahrrad. Können wir das gebrauchen? Nee? Was mit dem Schild? Das Heimatmuseum von Willow Creek. Ein wertvoller Hort englischer Kulturgeschichte. Das Museum ist doch eigentlich auf der anderen Seite. Hä? Warte mal. Das muss ich jetzt mal gerade testen. Ich dachte eigentlich, hier wäre der Papp. Aber es sah sowieso schon alles verändert aus. Ach, ich verstehe. Hier hinten. Richtung Papp. Ja, stimmt. Dann war hier früher... Hier war früher ein Jahrmarkt. Wie cool. Ja, hier war am zweiten Teil der Jahrmarkt. Dann ist das genau umgekehrt. Das ist ja verwirrend. Hallo, die Damen. Ist auch gar kein Platz mehr da, Darren. Ja, das hat sich ja nur jetzt nicht gewandelt da durch das Schloss abgebrannt ist, schätze ich mal. Oh, guck mal, hier liegt ein E. Möchte jemand ein E kaufen? Ja, ich, ich, danke. Ein Schwamm? Der sieht so aus, als ob er schon lange nicht mehr benutzt wurde. Das ändere ich jetzt. Oh, mir kommt da gerade so eine Idee. Man kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben steht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest nicht seit Tom dem Papp geerbt. Der Tom ist so ein Ekelpaket. Das steht three kegs. Drei Fässer. Bier vermutlich. Jetzt nur noch krksen. Das E ist halt runtergefallen. Ähm, ich habe da jetzt schon eine Vermutung, was wir machen können mit dem Schwamm. Um den Inspektor ein wenig aufzuhalten. Ähm, warte mal, ins Fass? Ins Fass wahrscheinlich nicht. Ach, Quatsch, ich bin ja falsch. Abaya. Hallo, Abaya. Äh, gerade nicht. Hat sie da gerade... Sind da alle Messer aus dem Block raus gewesen? Warte mal kurz. Ja! Sie hat alle Messer rausgenommen. Da waren doch vorher jede Menge Messer drin. Oder irre ich mich? Ausverkauft. Mhm. Natürlich. Abaya. Die hat wirklich Angst, glaube ich, ne? Äh, ich muss in das Café. Und zwar, ähm, sag mal Denise, machst du mir noch mal einen Kaffee, bitte? Ich hätte gern noch einen Kaffee, bitte. Na klar doch. Dankeschön. Und ab durch die Tür. Und hier ist genau der Wischeimer. Oh, bitte lass das funktionieren. Oh, yes. Der Schwamm... Oh, der Schwamm... Entschuldigung. Ich habe den Schwamm nass gemacht. Er tropft mir jetzt die Tasche voll. Ich sollte ihn bald wieder loswerden. Machen wir auch. Genau hier. Hö, hö, hö. Da, 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 da. Wenn ich den nassen Schwamm auf dem Deckel liegen lasse, würde er dort sicher festfrieren. Bestimmt ein faszinierendes Schauspiel, aber nicht hilfreich. Du solltest doch auch nicht da so draufpacken, sondern an den Rändern... Achso, mach mal auf. Och, Darren. Jetzt ist sie wieder offen. Jetzt geht's wieder los, sag ich euch. So. Ich feuchte die Dichtungsgummis mit dem nassen Schwamm. Yeah. Wenn man nun die Kühltruhe schließt, friert das Wasser und es wird fast unmöglich, den Deckel wieder zu öffnen, ohne das ganze Ding abzutauen. Macht's gut, ihr Donuts. So schnell wird man euch da nicht mehr rausbekommen. Damit dürfte sich die Donutlieferung an den Herrn Inspektor etwas verzögern. Komm, Darren, raus hier. Bloß raus hier. Mal gucken, was Brittany Chantal jetzt draußen macht. Wir waren's nicht. Boah, wieder einer von diesen düsteren Tagen heute. Ich bräuchte was, das mich ein bisschen aufreitern könnte. Edward kann jederzeit vorbeikommen. Warten wir lieber bis heute Abend. Aha. Scheiß auf Edward. Dann gib mir wenigstens ein paar Donuts. Na klar, ich hol dir welche. Conrad, deine Donuts sind dummerweise in der Tiefkühltruhe. Und? Dann schmeißt sie doch kurz in den Ofen. Das Problem ist, der Deckel ist festgefroren. Aha, verstehe. Du willst, dass ich dir helfe, der Kühltruhe einzuheizen. Oh Gott. Ich denke mal, die beiden sind ein bisschen länger beschäftigt. Der steht also auf die Denise. Mit der Tab-Taste kannst du die Cutscene überspringen. Aber Vorsicht. Ja, wichtige Informationen könnten verloren gehen. Machen wir auch nicht. Wir wollen auch nicht telefonieren. Wir gehen jetzt mal... Oder gehen wir erst zum Pub? Ach, ich weiß nicht. Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Ich bin ganz erschrocken. Der Herr Inspektor mit der Denise. Mann, Mann, Mann. Eingang im Museum? Zum Hotel? Zum Wald? Oh, gibt das... Es gibt richtig viel. Hier hängt ein Plakat. Wir bauen für Sie um. Demnächst noch spektakulärer. Erleben Sie das Grauen hautnah. Wiedereröffnung am 1.12. Das ist erst in ein paar Tagen. Werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Wer weiß. Ich möchte mir erst meine Akte ansehen, bevor ich das Dorf verlasse. Okay. Zum Wald wird es dann wahrscheinlich auch nicht, ja? Ich möchte mir erst meine Akte ansehen. Okay, gut. Dann wieder rüber. Jetzt, wo der Inspektor ja beschäftigt ist, können wir wahrscheinlich wieder rein. Aber wir gehen jetzt ja erst mal kurz im Pub gucken. Das ist Toms Pub. Ich denke, er ist immer noch etwas angefressen, weil ich ihn im Sumpf versenkt und ihm das Auto geklaut habe. Das hat er aber auch voll verdient. Damit tun wir nicht so, als wäre das, äh, ne? Das hat der junge Herr verdient. Sind das Toms Unterhosen, die da zum Lüften hängen? Äh, nein. Lappen. Die sind nicht besonders sauber, aber von Toms Pub würde ich auch nichts anderes erwarten. Gut, dass ich bei meinem letzten Besuch Bier aus der Flasche getrunken habe. Ja, da war wahrscheinlich die Flasche dreckig. Die Fensterscheiben sind mit Buntglas beklebt. Da kann man nichts erkennen. Man kann... Buntglas... Dann ist das doch eine Folie. Dann ist das doch kein Buntglas, sondern... Ach, egal. Gehört bestimmt einem Angler. Jetzt sind sie hier... Also in Black Mirror 2 gab es hier auch schon genau einen Eimer. Den könnte man aber mitnehmen. Na denn... Den... Constable, den kriegen wir da vielleicht auch noch weg. Ich hoffe jedenfalls. Lass uns mal in der Polizeistation schauen. Constable ist schwer beschäftigt mit der Notrufzentrale. Ähm, die Akten... Eigentlich sind doch hier die Akten. Constable. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Und so. Was soll ich denn kopieren? Ja, deine Akte. Die wahrscheinlich irgendwo liegt, aber ich weiß nicht wo. Jedenfalls nicht hier. Freiwillig gehe ich da nicht mehr bei. Dann haben wir jetzt ein Problem, Darren. Deine Akte. Ach, du sprichst doch mit Constable? Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Glauben Sie, ich hätte das Schloss angezündet? Naja, Mr. Michaels. Sie haben behauptet, Sie wären Samuel Gordons Sohn. Und Sie sind direkt am Tatort aufgetaucht, mit einer kokelnden Fackel in der Hand. Die hatte ich, um mich zu verteidigen. Gegen den mysteriösen Geheimorden, den niemand kennt und auch niemand gesehen hat. Er wird in den Chroniken der Gordons erwähnt. Hm. Vor 500 Jahren. Vergessen Sie es. Und dann wäre da noch die Sache mit der armen Miss Valley, nicht? Da hat man auch ihre Spuren am Tatort gefunden. Oh, ich sagte doch, vergessen Sie es. Hm. Hm, ja, irgendwie, offensichtlich spricht alles gegen ihn. Was ist mit dem Spuna? Hm? Dieser Inspektor. Ist der immer so nett? Weiß ich nicht. Bis vor einem halben Jahr war er noch in London, bei der Mordkommission. Wurde dann hierher strafversetzt. Das erklärt einiges. Ach ja. Ach ja. Seitdem versucht er alles, um hier wieder wegzukommen. Wegen jeder Kleinigkeit lässt er die Leute hier einsperren. Macht sich gut in der Statistik. Und Sie können nichts dagegen tun? Tut der Bär was gegen den Winter? Er rollt sich ein und schläft bis zum Frühling durch. Oh, dieser Spruch, Constable. Also ehrlich. Ja, der Inspektor strafversetzt. Also, hm. Können wir uns ja alle denken. Ähm, was ist mit Angelina? Wie lange wird er nach Angelina gefahndet? Solange wir sie nicht gefunden haben, gilt sie als vermisst. Auch wenn sie längst tot ist? Bisher haben wir ihre Leiche nicht entdeckt, Mr. Michaels. Hm, ja, ich bezweifle ja auch, dass sie tot ist. Wie weit waren Sie denn an den Ermittlungen in meinem Fall beteiligt? Hab die Kanalisation durchsucht und diesen Bunker. Und keine Spuren gefunden? Nö. Das kann doch nicht sein. Es ist verdammt dunkel da unten, Mr. Michaels. Und voller Ratten. Nichts für schwache Nerven. Ach, gibt's bei der Entführung etwas Neues? Haben Sie Tom, Bobby oder diesen Jungen in Wales befragt? Laut Aussage war Tom mit Bobby zu der Zeit in Elton Towers. Finden Sie es nicht etwas merkwürdig, dass die beiden in einen Vergnügungspark gehen? Merkwürdig ist nur die Tatsache, dass Bobby danach zwei Tage im Krankenhaus lag. Gehirnerschütterung. Aber dafür haben wir eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn Tom nun gelogen hat? Können wir ihm nicht nachweisen. Er hatte zwei Eintrittskarten und die Bescheinigung des Krankenhauses. Verflucht. Der Konst... Und der Junge? Es gibt keinen Jungen namens Van Helsing in Wales. Ja, das ist alles merkwürdig. Constable, der hat gerade uns freiwillig gesagt, dass er uns sauber gearbeitet hat. Wenn er nicht in den Kanal setzt, ist das nicht zu schwachen Nerven. Im Bunker gibt's tausend, bestimmt aber tausende, ähm, Hinweise. Ach, Constable, du wirkst doch... Na, mach deinen Job vernünftig. Könnten Sie mir eine Kopie meiner Akte machen und an meinen Anwalt schicken? Hm. Hat er die nicht schon längst bekommen? Er will die aktuelle Version haben, für die Botschaft. Geht nicht. Aha. Stimmt was nicht? Hatte ich vergessen. Der Kopierer ist seit ein paar Wochen kaputt. Aber ein neuer ist schon beantragt. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. So schlimm ist das nicht. Ich habe hier so wenig zu tun, da kann ich die meisten Dokumente auch abtippen. Verstehe. Wären Sie dann so nett, mir meine Akte abzutippen? Hm? Nein. Und wenn ich das Ding repariere? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Oh Gott, was für eine Polizeistation. Funktioniert ja wirklich nichts. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kopierer zu reparieren. Ich habe das schließlich studiert. Naja, sowas in der Richtung zumindest. Was haben wir da? Die Sicherung ist durch. Ein Knopf zum Anschalten. Der grüne Knopf ist zum Kopieren. Wenn ich die funktionierenden Kabel also richtig drehe und verbinde, sollte man wieder kopieren können. Oh oh. Oh oh. Ja schön. Schön das Ding. Der grüne ist zum Kopieren. Plus minus. Ja, was stimmt denn hier nicht? Ähm. Wo fehlt denn was? Das geht hier rein. Das auch? Ach, ich muss es nehmen. Ah, die müssen immer auf die Steckplätze. Hm. Aber es scheint doch alles da zu sein. Die sind kaputti, oder was? Packe ich die jetzt mal auf einen Haufen? Ach, eins, zwei. Dass das dann funktioniert. Hier ist die Stromquelle, oder was? Warte mal. Warte mal. Gebt mal alle nach oben hier. Zack. Das sind die, die halt kaputt sind, schätze ich mal. Ähm. Gut. Gut. Das würde passen. Das muss doch aber immer plus minus sein. Ähm. Oh Gott. Hahaha. Schönes Ding. Ähm. Das hier drauf. Grün funktioniert noch nicht. Ähm. So rüber? Ist das richtig? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Das da. Kann man das nicht so machen? Warte mal. Zwei zu eins. Muss ich das vielleicht doch so legen, dass die... Ei, 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 ei. Ähm. Ja. So ganz mag ich es nicht verstehen. Ähm. Oh, was? Das hätten wir. Ich glaub, ich hab's übersprungen damit, oder? Kann das sein, dass ich das übersprungen habe? Ach, nee. Verflickst es da so aus wie, ne? Ich drück mal den Knopf und dann zieh ich den Hebel für die Sicherung. Aber das erschien mir jetzt nicht richtig. Oh, wenn ich es übersprungen habe, tut's mir leid. Kann ich kurz etwas fragen? Hm. So, jetzt auf jeden Fall funktioniert der Kopierer halt wieder. Der Kopierer funktioniert wieder? Hm? Könnten Sie mir jetzt meine Akte kopieren? Klar, ich schicke die Kopie dann an Ihren Anwalt. Äh. Hä? Die Kopie Ihrer Akte. Ach so, ähm. Ja, die kann ich auch selbst verschicken. Der Inspektor besteht darauf, dass keine Akten unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen dürfen. Verstehe. Hm. Scheiße. Ist doch seine Akte. Constable? Hm? Wann geht denn die Post raus? Mein Anwalt braucht die Kopie so bald wie möglich. Ich werfe sie nachher in den Briefkasten. Sie sollte heute Nachmittag abgeholt werden. Danke. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Da freut er sich, ne, Constable? Jetzt hast du mal was zu tun. Na dann. Einfach mal raus. Draußen steht ja der Briefkasten. Vielleicht kommen wir irgendwie ran? Vielleicht auch nicht. Äh. Der Briefkasten. Okay. Das ist meine letzte Möglichkeit, an den Brief mit der Akte zu kommen. Irgendwie muss ich verhindern, dass der Brief unwiederbringlich im Postsack verschwindet. Ja, ganz richtig. Wir haben einen Bleistift. Ach so, der wohl kaum was. Hm. Karte einer Wahrsagerin. Was haben wir denn noch? Also Visitenkarte? Tagebuch. Ja, doof. Das Fass. Irgendwas mit dem Fass. Ein Fass. Ja. Der Postsack ist in eine Art Aufhängung gespannt. Ich könnte dort irgendwas drauflegen, damit der Brief nicht in den Sack fällt. Äh. Bitte, bitte was? Bitte wie? Bitte wo? Da ist also der Sack eingespannt und du könntest... Ach so, dass das halt in so eine Art Tuch fällt oder so. Für uns. Oh, na das wird ja was. Bloß komm, wir gehen erstmal über die Brücke. Also noch haben wir irgendwie nichts im Inventar. Was uns hilft. Ich möchte mir erst meine Akte ansehen. Jetzt willst du dir die Akte ansehen. Haha, damn. Gut, pass auf. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt im Pub oder... Ich weiß nicht, ob wir reinkommen. Vielleicht. Gerade eben waren da noch Lichter an, ne? Da gehe ich erst wieder rein, wenn ich den schwarzen Gürtel in Karate habe. Oder der Pub den Besitzer gewechselt hat. Ach ja, das wäre was, ne? Das wäre was. Man kann kaum mehr erkennen, was da mal geschrieben stand. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wird. Mhm, ja, ja. Wir können auch nicht raus. Nichts an der Seite. Gut. Jetzt werden die Möglichkeiten begrenzt. Die Damen, haben sie gerade zufällig ein Tuch dabei? Ich weiß nicht, vielleicht ist die Servierplatte, die wir haben... Warte mal, ich schaue gleich mal. Ich weiß gerade nicht, wie groß sie sind. Hier ist nur noch das Telefon. Die Serv... Ja, die Speisekarte. Vielleicht das? Oh, mal gucken. Das Brett hat genau die richtige Größe. Es liegt direkt auf dem Postsack auf. Wenn der Constable den Brief einwirft, kann ich ihn ganz einfach wieder herausziehen. Wenn das mal so einfach wäre mit unseren heutigen... Was? Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. So, und jetzt schnell ran an die Beute. Oh, yeah. Hat funktioniert. Ja, cool. Aber wir schauen uns erst nächste Folge an, was jetzt die Akte besagt. Ich bin mal gespannt, wie weit die Ermittlungen vorangeschritten sind bei denen. Wahrscheinlich haben sie nicht allzu viel gemacht, aber wir werden es dann einfach mal sehen. Aber erst, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bei Black Mirror 3. Bis dann.